Ja, Mathilda, du hast ja gerade gesagt, dass du dich auch mit Leuten angefreundet hast, ne? Bei Janun. Ja, ja. Ja, mit wem denn besonders? Oh, also naja, also ich mag halt, also ich mag ja wirklich alle Leute, die so bei Janun sind. Das sind ja wirklich, wirklich viele und ganz verschiedene Leute. Aber es gibt ja schon so die Menschen, die ich besonders mag. Also das ist natürlich als erstes mein superlieber Freund, der Ernst August. Der ist auch im Landesjugendbüro in Hannover. Und den vermisse ich auch gerade ganz schrecklich, weil jetzt bin ich ja so weit weg von ihm. Und er fehlt mir schon. Naja, und sonst auch alle Leute im Lajubü, die, ja, die, die sehe ich ja einfach jeden Tag. Und mit denen verstehe ich mich so gut. Und ach, das ist immer so schön. Und ich, ich bin auch schon ganz schade, wenn die, die FIJler jetzt wieder gehen. Aber es kommen dann ja auch wieder neue und das wird bestimmt auch ganz spannend. Und auf die freust du dich auch schon, oder? Ja, natürlich, auch wenn es wirklich schade ist, wenn, wenn Maxi und, und, äh, mein Gedächtnis, ähm, ähm, Lea. Genau, wenn Maxi und Lea dann gehen, das ist schon schade. Aber ich freue mich auf die beiden Neuen. Wobei ich gerade deren Namen auch schon wieder vergessen habe. Ich bin aber auch eine alte, tüddelige Frau. Aber es ist ja so etwas Sieg. Vielen Dank.